Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nach 25 Jahren legt diese Landesregierung Frau Minister Schäfer einen Familienbericht vor und ich danke ihr ausdrücklich dafür, dass sie das angepackt hat. Ich möchte ihr auch ausdrücklich dafür danken, dass sie das unter großer Beteiligung der Familien getan hat. Das heißt, in diesem Bericht wird nicht nur über Familien gesprochen, es wird nicht nur ihre Situation beschrieben, sondern die Familien kamen selber zu Wort, sie haben ihre Bedürfnisse, ihre Gewünsche geäußert und ich glaube, das ist der gute Stil, den wir Rot-Grün pflegen, dass wir Betroffene zu Beteiligten machen und danke Frau Schäfer, dass Sie das auch hier in diesem Punkt wieder umgesetzt haben. In diesen letzten 25 Jahren hat sich Familie deutlich geändert. Familien sind heute bunt und vielfältig, wir haben Patchwork-Familien, es gibt viele Alleinerziehende, die Regenbogenfamilien kommen dazu, ein großer Teil der Familien mit Kindern hat einen Migrationshintergrund. Und auch das hat sich geändert, es gibt ein Verständnis von Familie, das sehr viel weiter gefasst ist, nämlich dass Familie überall dort ist, wo Menschen füreinander verbindlich Verantwortung übernehmen. Dieser Bericht nun zeigt uns ein sehr detailliertes Bild von der Situation und den Bedürfnissen der Familien in Nordrhein-Westfalen und eins zeigt an aller Deutlichkeit, meine Vorrednerinnen haben das zum Teil aufgegriffen, es zeigt, dass Familien vielfach in der Zeitfalle sitzen. Familien und Eltern fehlt es vor allen Dingen an Zeit, 55 Prozent der Befragten gaben an, zu wenig Raum für die Familie zu haben, 68 Prozent nennen als Grund, als Ursache dafür, dass sie zu lange arbeiten müssen und zu unflexible Arbeitszeiten, dass ihnen das zu wenig Raum für Familie und insbesondere für die Kinder lässt. Und auch gerade die jungen Väter, und das glaube ich, ist auch ein bemerkenswerter Wandel im Rollenverständnis, gerade die jungen Väter wünschen sich mehr Zeit, mit ihren Kindern verbringen zu können. Das zeigt den Rollenwandel, aber auch eine Zahl macht das deutlich, dass junge Menschen aus diesen alten, traditionellen Rollenbildern ausbrechen wollen. Denn 45 Prozent der befragten Eltern wünschen sich, dass beide Eltern erwerbstätig sind und sich gemeinsam um Haushalt und Familie kümmern. Und ich glaube, das ist doch eine sehr positive Erkenntnis, die Anlass zur Hoffnung gibt. Allerdings halten die Bedingungen der Arbeitswelt diesen Wünschen nicht stand. Die Wirklichkeit sieht anders aus. In einem Drittel der Familien sind die Männer immer noch die Alleinverdiener. Die Erwerbsquote von Frauen in Paarfamilien liegt heute immer noch bei insgesamt nur 64 Prozent. Und die Zahl der Familien, in denen die Väter oder beide Eltern in Teilzeit arbeiten, ist mit drei Prozent verschwindend gering. Auch die Anzahl übrigens der Väter, die in Elternzeit gehen, ist sehr gering. Wir haben immer noch den großen Anteil der Zweimonatsväter, die diese zwei Monate zusätzlich dann nehmen und bei ihren Kindern zu Hause bleiben. Aber danach dann wieder zum großen Teil die Sorgearbeit den Frauen und Müttern überlassen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, hier sind Wirtschaft und Politik gefordert, Arbeitszeitmodelle zu entwickeln, um Raum und Zeit für das Miteinander in der Familie, die Sorgearbeit für Kinder, aber auch die Sorgearbeit für zu pflegende Angehörige zu ermöglichen. Es gibt Modelle dazu, die eine Reduzierung der Arbeitszeit oder eine flexible Ausgestaltung der Wochenarbeitszeit in bestimmten Zeitfenstern vorschlagen. Sie liegen auf dem Tisch und es liegt im eigenen Interesse der Arbeitgeber und der Wirtschaft, sich solchen Vorschlägen nicht zu verschließen. Denn sie dienen auch der Fachkräftesicherung und sie dienen, last but not least, zum Erhalt von motivierten, glücklichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und was kann sich ein Arbeitgeber Besseres wünschen? Meine Damen und Herren, erfreulich ist, dass seit 2008 trotzdem der Anteil der erwerbstätigen Mütter von Kindern im Alter von einem Jahr um 4,3 Prozent immerhin und im Alter von zwei Jahren um 4,7 Prozent gestiegen ist. Und das ist natürlich der gestiegenen Betreuungsquote im U3-Bereich zu verdanken, die, wir wissen es, für die Ein- und Zweijährigen bei 54,9 Prozent in Nordrhein-Westfalen liegt. Wir arbeiten weiter daran, dass wir dann noch besser werden, dass wir noch mehr dem Bedarf von jungen Eltern auch gerecht werden. Aber wir setzen nicht nur auf Quantität in der Kita, sondern auch insbesondere auf den qualitativen Ausbau. Und da muss ich sagen, freue ich mich besonders über eins in dem Familienbericht. Frau Ministerin Schäfer hat es bereits erwähnt. 76 Prozent der Eltern von Kindern in einer U3-Betreuung bewerten die Betreuungsqualität als sehr gut oder gut. Und das zeigt, dass wir mit unserer rot-grünen Politik erfolgreich sind, dass rot-grün wirkt für die Kinder und für die Familien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen diese positive Resonanz auch als Ansporn und werden weiterhin die Qualität der frühkindlichen Bildung in den Mittelpunkt stellen. Und Herr Hafke, Sie müssen sich gar nicht sorgen, die Haushaltsberatungen stehen bevor. Dann werden wir sehen, welche Fraktion welche substanziellen Vorschläge auf den Tisch legt. Hier sollten wir nicht vorgreifen. Ein Aspekt ist mir noch wichtig. Frühkindliche Bildung wirkt präventiv gegen Armut. 18 Prozent Kinderarmut in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine Herausforderung, die wir gemeinsam mit dem Bund bewältigen müssen. Wir haben die Plus-Kita eingeführt. Wir haben einen wichtigen Schritt gemacht, um die Armutsspirale, in der sich Kinder und Familien befinden, zu stoppen. Aber hier ist auch der Bund gefragt. Es geht auch um materielle Armut. Und die materielle Armut, der kann man letztendlich nur begegnen, indem wir eine Kindergrundsicherung einführen, damit die Kinder in Deutschland nicht weiter für Eltern ein Armutsrisiko sind. Wir leben heute in einem Bundesland mit 19 Prozent Alleinerziehenden. Das ist eine hohe Zahl. Gerade diese Frauen sind besonders armutsgefährdet. Und hier zeigt sich, dass wir da nochmal ein großes Augenmerk drauf legen müssen und eine besondere Unterstützung anbieten müssen. Meine Damen und Herren, der Familienbericht ist eine gute Grundlage, an die wir für unsere Politik für Kinder und Familien in Nordrhein-Westfalen anknüpfen können. Ich freue mich, dass die scheidende Familienministerin Ute Schäfer angekündigt hat, dass der Bericht weiter fortgeschrieben wird. Ich hoffe, dass Ihre Nachfolgerin das auch aufgreifen wird. Ihre Nachfolgerin hat ja schon angekündigt, Frau Schäfer, dass der Familiengipfel, den Sie vorgeschlagen haben, umgesetzt wird. Das ist wichtig und richtig. Denn wir brauchen starke Partnerinnen. Und wir brauchen auch ein Umdenken in der Wirtschaft. Das heißt, es ist wichtig, dass da auch die Unternehmen mit am Tisch sitzen, um Familie in Nordrhein-Westfalen stark und lebbar zu machen. Zum Schluss, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir, dass ich mich bei der Frau bedanke, die in den letzten fünf Jahren in Nordrhein-Westfalen die Familienpolitik geprägt hat. Und das ist Ute Schäfer. Liebe Ute, ich möchte mich ausdrücklich für unsere gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir haben gemeinsam viel auf den Weg gebracht, manche schwierige Herausforderungen in sehr gutem Einvernehmen miteinander bewältigt. Und ich danke dir ausdrücklich und sehr für deine große Leistung, die du für Familien und Jugendliche und Kinder in Nordrhein-Westfalen erbracht hast. Und ich muss das mal sagen, als du 2010 den Bereich übernommen hast, gab es ganz viel Misstrauen im Lande gegenüber der Landespolitik, auch gegenüber dem Ministerium. Und du hast es geschafft, dass neues Vertrauen in die Politik des Landes entstehen könnte. Und das ist eine sehr große Leistung, die nicht hoch genug zu bewerten ist. Du hast in vielen Gesprächen und Veranstaltungen Menschen zugehört und Beteiligung, wie wir auch jetzt am Familienbericht sehen, möglich gemacht. Die ganz große Herausforderung, den U3-Rechtsanspruch zu gewährleisten, hast du gegen alle Kassandra-Rufe zum Erfolg gebracht. Und ich glaube, mit diesem Meilenstein wird auch dein Name weiter verbunden bleiben. Ich wünsche dir alles Gute für deine Zukunft und genieße ein bisschen die Zeit, die du jetzt mehr haben wirst. Dankeschön für alles.